Boah, Leute, hä, wie lange hab ich denn geschlafen? Boah, ich glaub, ich hab heute richtig lange geschlafen, aber ich muss sagen, ich hab auch echt gut geschlafen. Denn ich hab jetzt noch ein neues Bett und das ist echt richtig bequem. Hä? Was leuchtet denn so gelb da draußen? Hä? Sind das etwa Lucky Blöcke? Warte mal, enträum ich gerade, oder? Warte mal, ich geh mal ganz kurz runter, Leute. Das muss ich mal ganz kurz anschauen. Warte mal. Hä? Was ist denn hier passiert? Hier ist alles voller Lucky Blöcke, Leute. Oh mein Gott, schaut euch das an. Oh mein Gott. Überall sind Lucky Blöcke, Leute. Oh mein Gott. Ey, das ist ja richtig lustig. Ey, ich hoffe, ich hoffe, die werden uns nur Glück bringen. Ich hoffe, ihr bekommt keine schlechten Sachen. Ich werde die gleich alle abbauen. Also lasst uns gerne einen Daumen nach oben da abonniere den Kanal. Denn unsere Aufgabe ist es jetzt, auf jeden Fall hier zu überleben. Und uns vielleicht eine richtig krasse Basis zu bauen. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir richtig krasse Sachen hier raus. Ey, Leute, soll ich einfach direkt mal den ersten abbauen? Komm, wir gucken einfach mal. Und? Hä? Oha. Oh Gott, wir haben richtig krasse Sachen bekommen. Lol. Lol. Hä? Leute, das ist ja richtig nice. Hä? Richtig cool. Ey, aber komm. Also, ich weiß nicht. Hier ist alles voll mit Lucky Blöcken. Schaut mal. Hä? Auch da hinten? Ich glaube, die komplette Insel ist aus Lucky Blöcken. Komm, wir bauen noch direkt mal... Okay, ein Feld. Okay. Hier kann ja wirklich alles rauskommen. Das haben wir... Oha. 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 Oh, Digga. Bro, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war einfach ein riesen Monster Creeper. Und habt ihr auch gerade gesehen, was für ein riesen Creeper das hier war? Oh mein Gott. Ey, Leute. Leute, ich glaube, wir bauen aber jetzt hier direkt die nächsten Lucky Blöcke ab. Oh mein Gott. Super Armbrust. Und oh mein Gott. Hey, die können hier richtig gerade die Lucky Blöcke... Oha. Hier kann ja alles rauskommen, Leute. Und die komplette Insel ist voll mit Lucky Blöcken. Hey, das ist ja voll OP. Komm schon, bitte. Ah. 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 Oh. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Oh nein. Hä? Was war das? Hä? Hä? Warte mal. Hier wäre Schleim gewesen, Leute. Hä? Was war das? Oh nein. Hä? Meine ganzen Items, wo sind die hin, Leute? Warte mal. Hier liegt noch ein paar. Aber sag nicht. Es ist runter in die Lava reingefallen. Oh nein. Es ist alles weg, Leute. Nein. Hä? 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 Wo bin ich denn? Was? Hä? Schaut euch das an, Leute. Wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind ja einfach in irgendeiner Höhle. Sind hier vielleicht meine Sachen? Hallo? Ja. Guck mal. Hier unten liegen die Sachen einfach. Oh mein Gott. Was? Hä? Wie lucky, dass hier einfach rumliegen die Sachen. Aber da fehlt trotzdem noch ein bisschen was. Nee. Das ist ein bisschen runtergerutscht einfach. Lol. Aber ich glaube ein paar Sachen sind ein bisschen noch in die Lava reingerutscht. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, ich schwimme jetzt erst mal wieder nach oben. Und dann gucken wir mal, was uns die nächsten Lucky Blöcke so ausspucken, Leute. So. Ich bin jetzt wieder oben angekommen. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Hier ist einfach... Warte mal. Da oben liegen auch noch ein paar Sachen, Leute. Hä? Lol. Hier oben liegen auch ein paar Sachen. Hier liegt also alles. Es ist gar nicht verbrannt. Oh. Wichtig. Hä? Aber was ist das jetzt hier eigentlich, Leute? Ich weiß es nicht. Komm. Wir bauen direkt die nächsten Lucky Blöcke ab. Vielleicht können wir hier auch mal die Insel ein bisschen erkunden. Hier ist ja... Hier hinten sind ja auch noch Lucky Blöcke. Schaut mal. Hier sind einfach überall Lucky Blöcke, Leute. Überall. Komm, wir essen jetzt mal eine goldene Karotte hier. Oh, die kann man nicht essen. Perfekt. Komm, hier Lucky Blöcke. Komm schon, der nächste. Huh? Ein paar Blöcke. Okay, nehme ich mit. Jetzt haben wir hier auch noch ein paar Blöcke. Komm, kommt bitte was Gutes nochmal. In der Aze, Leute. Haha. Ich würde sagen, wir tun die ganzen krassen Sachen dann gleich erstmal drinnen ins Haus reinmachen, Leute. Und sammeln die schon mal. Und ansonsten... Was ist das denn? Huh? Ey. Ey. Hallo? Hallo? Ey. Ey. Was ist das? Ich... Ich... Ich wurde einfach vergiftet, Leute. Haben wir das gerade auch gesehen? Ich wurde einfach vergiftet. Was war das denn? Oh je, Mini. Ui, ui, ui. Wir müssen hier echt aufpassen, Leute. Ei, ei, ei. Okay, komm. Ich bau jetzt den nächsten Lucky Block ab. Komm schon. Komm schon, gönn. Huh? Was ist das denn? Huh? Nimm das. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist ein Riesenslime, Leute. Nimm das. Komm schon. Alter kommt einfach zurückgeflogen, lol. Huh? Wie geil ist das denn? Bam. Komm nochmal. Bam. Er kommt einfach zurück. Wie geil. Nimm das. Äh. Und bam. Und... Ui. Nochmal, komm. Zack. Und den letzten. Komm zurück. Und nochmal. Ey, komm ja jetzt. Zack. Ey, richtig nice, Leute. Ja, die Sapune ist ja so OP. Digga, was ist das für eine krasse Sapune? Die kann man werfen. Und dann kommen die einfach zurückgeflogen. Richtig nice. Also ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall gleich in Sicherheit bringen, weil die ist richtig, richtig OP, Leute. Jetzt bloß nicht sterben. Okay, ein Eisengolem. Moin, was geht? Komm. Noch ein... Oh nein, bitte kein Amboss. Bitte kein Amboss. Bitte. Mann! Ich wusste, da wird ein Amboss kommen, Leute. Ich hab's schon im... Ich hab's schon gespürt. Ich wusste schon. Wenn man eingesperrt wird, da kann eigentlich nur noch ein Amboss von oben kommen, Leute. Es ist immer so. Mann. Ey. Aber jetzt müssen wir schnell ein bisschen Erde klauen hier. Warte. Zack. So. So. Jetzt hier ein bisschen Erde geklaut, Leute. Und jetzt. Zack. Komm schon. So. Aber egal. Ich hab Gott sei Dank trotzdem alles wieder, Leute. So. Zack. Okay. Ja. Ey. Ich glaube, Leute. Wir bringen ein paar Sachen schon mal in Sicherheit. Weil das sind ja echt krasse Sachen, die wir hier bekommen haben. Hä? Das ist ja richtig, richtig geil. Die komplette Welt ist einfach aus Lucky Blöcken. So. Hier können wir erstmal hier alles rein. Hier. Zack. So. Das lagern wir alles schon mal hier drin. Zack. 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 So. Schuhe können wir aber anziehen. Zack. Diamanten machen wir noch rein. Und dann würde ich sagen, Leute. Komm. Nehmen wir jetzt hier ein bisschen Essen mit. Eine Karotte und so ein paar Sachen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Wir müssen mal die Insel noch ein bisschen erkunden. Weil schaut mal. Ich hab das Gefühl, die komplette Welt ist aus Lucky Blöcken. Schaut mal. Auch hier oben. Einfach alles ist aus Lucky Blöcken. Oh mein Gott. Wie heftig ist das? Hier. Einfach alles ist aus Lucky Blöcken, Leute. Hier. Guck mal. Egal wo ich hinlaufe. Überall sind Lucky Blöcke hier. Guckt euch das an. Einfach alles voll hier. Hä? Was ist das denn? Einfach ein Tempel. Oha. Was haben wir bekommen? Ein Schildkrötenhelm. Ist der krasser? Ich weiß es nicht. Wir setzen den mal auf. Was ist das jetzt? Oha. Lol. Komm. Oha. Die können alle voll die Lucky Blöcke. Tschüss. Die können alle richtig krass, Leute. Oh nein. Ha. Ha. Es kann kein Amboss kommen, weil irgendwer mit der Decke ist. Ja. Ja. Hä? Voll schlau. So. Jetzt mache ich nämlich den hier. Zack, Leute. Jetzt baue ich mir ein Crafting Table. Zack. Hier, Leute. Pass auf. Jetzt mache ich den. Boom. Bam. Mich kann hier niemand aufhalten. Hier. Zack. Eisenspitzzacke. Bam. Und jetzt hier. Hä? Was willst du? Niemand kann mich aufhalten. Der Kackamboss hat echt gedacht, er kann mich hier stoppen. Haha. Mich kann niemand stoppen. Haha. Richtig nice. Okay, komm. Wir schauen mal weiter, Leute. Was ist hier noch so? Oh, wir haben gerade irgendeine Fake bekommen, glaube ich. Oha. Was ist das? Oh. Äh. Ey. Ey, was geht denn jetzt ab? Hallo? Oh, mir ist schwindelig. Oh, mein Gott. Oh. Ich bin richtig schlecht gerade, Leute. Digga, was war das denn? Hä? Okay, ansonsten, Digga, guckt euch das an, Leute. Einfach hier ist einfach wirklich alles voll mit Lucky Blöcken. Habt ihr sowas schon mal gesehen, Leute? Guckt euch das an. Einfach die komplette Insel. Alles voll mit Lucky Blöcken. Komm schon. Wir hören noch ein paar Lucky Blöcke ab hier. Komm schon. Komm. Hä? Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Okay, komm. Oh, was nice ist. Oh, nein. Ich brenne. Diamantblock. Diamantblock. Oh, mein Gott. Richtig nice. Komm, direkt den nächsten. Abbauen. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Hä? Hä? Was für krasse Sachen. Droppen denn hier die ganze Zeit? Hier kommen nur krasse Sachen, Leute. Hä? 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 Ich wurde teleportiert, Leute. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Hä? Ich bin gar nicht durch. Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Hä? Warum ist jetzt hier Wasser auf einmal? Leute, ich blicke hier gerade irgendwie gar nicht durch. Ey. Nee. Ich will hier weg, Leute. Warum sieht alles so komisch aus? Ich glaube, ich habe irgendwie Nachtsicht oder irgendwas bekommen gerade. Kann das sein? Ich will zurück zu meinem Haus. Wo ist mein Haus? Ey. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Leute, wir müssen zurück zum Haus. Schnell. Und alles ist so hell wegen Nachtsicht, Ulga. Oh, mein Gott. Das ist alles so hell, Leute. Oh, mein Gott. Aber okay, wir schauen weiter. Boah, Sam. Aber hier sind auch überall Lucky Blöcke. Guck dich das an. Komm, wir brauchen noch was richtig krasses. Komm schon. Oh, nein. Was ist das denn? Hä? Eine Hilfsburg. Ha, geil. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nimm das. Du Schleim. Bam. Ja, Schleimblöcke auf Schleim, ne? Bam. Ha. Total easy, Leute. Let's go. Okay, wir haben schon wieder richtig krasse Sachen bekommen. Ich glaube, die machen wir erstmal die Kiste wieder rein, Leute. Weil das sind echt richtig, richtig nice, coole Sachen, die wir wieder bekommen haben. Meinen wir schaffen es vielleicht, einen Enderdrachen zu besiegen, Leute? Das wäre halt richtig, richtig cool. Okay, komm, wir machen erstmal hier alles wieder in die Kiste rein, hier. Hier, das wäre alles, hier ist Maragde, Diamanten. Digga, hier noch ein Dreizack. Ich glaube, der ist sogar krasser. Der ist sogar noch krasser. Wir nehmen mal den hier. So, ansonsten alles krasse machen wir erstmal hier rein. Zack. Ansonsten eine Lucky Schaufel, okay. Ja, ich weiß nicht. Komm, Leute. Ich hätte gerne noch eine Elite drauf oder sowas. Komm. Wir bauen mir noch ein paar Lucky Blocke ab. Komm schon. Gern was nice, das Lucky Block. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? 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 Hey, meine Harpune. Wo ist meine Harpune? Wo ist mein Dreizack? Leute, mein Dreizack ist weg. Hey, hey. Leute, mein Dreizack. Ey, wo ist mein Dreizack? Hallo. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Ey. Die meinen Dreizack wieder haben. Ey, komm schon. Das kann doch jetzt nicht alles weg sein. Hä? Ach man, Leute. Mein Dreizack ist weg. Wir müssen neue Lucky Blocke abbauen, Leute. Komm schon. Oha. Hä? Hä? Was ist das denn? Ey. Was ist das? Was ist das? Hä? Hä? Was ist das denn jetzt ab? Was ist das? Hä? Was ist das? Leute, warum fliege ich? Warum kann ich fliegen, Leute? Ey. Was ist das? Was ist das, Leute? Ich will nicht fliegen. Ich will nicht fliegen. Ey. Ey. Ich muss irgendwie zum Wasser. Wasser, schnell. Ich brauche Wasser. Ich darf nicht an Falsch ansterben. Warte, 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 warte. Komm schon. Hä? 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 Ja. Oh mein Gott. Ich habe mich so krass gerettet, Leute. Ha. Niemand kann mich aufhalten. Ha. Ja. Okay. Ha. Niemand kann mich aufhalten. Was willst du, Lucky Block? Hä? Komm. Ich mache jetzt hier. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey, ey, ey. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Ich dachte gerade schon. Bro, ich wurde einfach hops genommen. Ich wurde einfach getrollt, Leute. Ich wurde einfach gerade richtig heftig getrollt. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte schon, das war es jetzt. Digga. Oh mein Gott, Leute. Digga, das war schon wieder so richtig close, Alter. Ich dachte schon, wir gehen hier wieder drauf, Leute. Ich hoffe, wir haben auch genug Blöcke, um uns hier hochzubauen. Ah, komm schon. Ja, total easy. Jetzt hier noch einen Lucky Block einfach abbauen. Hier, der gönnt natürlich auch. Oh, eine krasse Spitzhacke. Ja. Geil, unten Diamantschwert. Komm. Ich rush jetzt hier komplett durch, Leute. Ich mache jetzt hier. Leute, wetten, ich schaffe hier fünf Blöcke am Stück, nur Gutes zu bekommen, okay? Eins, zwei. Äh. Hä? Okay, aber was das sein soll, Leute? Ich weiß nicht. Ist das ein Gefängnis oder was ist das? Hä? Okay. Ei. Ha, 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 nicht mit mir. Ha, ha, ja. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe einfach über mich einen Block platziert. Ha, ha, ja. Niemand kann mich aufhalten. Ha, ha, ja. Ich baue hier direkt weiter ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, was? Digga, einfach einen Diamantblock. Einfach noch einen Diamantblock bekommen. Oh mein Gott, let's go. Oh, neun Diamanten nochmal. Digga, komm, ich muss dann den nächsten Block ab. Oh nein. Oh, was ist das denn? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Abonniert jetzt den Team Lumex-Kanal. Dies ist eine Warnung. Abonniert jetzt den Team Lumex-Kanal. Ihr habt es gehört, Leute. Abonniert. Ey. Oh mein Gott, Digga. Diese ganzen Lucky Block. Was geht es hier ab? Ich muss an die Oberfläche. Komm schon. Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott. Hä? Was ist denn hier passiert? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Ich bin hier gerade gar nicht durch. Komm schon. Ich mache jetzt hier Lucky Block. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Nein. Nein. Nimm das. Nimm das. Ja. Ich habe eine Schalker-Box. Okay. Oh nein. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ha. Perfekt. Okay, komm. Jetzt die nächsten Lucky Block. Komm schon. Wir rushen hier durch, Leute. Fünfer Street. Komm schon. Ja. Oh nein. 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 Ich habe so viele Sachen. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Bro. Ich hatte so viele Sachen. Nein. Ey. Das kann doch nicht sein, Leute. Einfach alles. Ich habe einfach alles verloren. Oh mein Gott. Einfach alles ist weg, Leute. Oh Mann. Ey. Ich hatte so viele neue Sachen, Mann. Hä? Hä? Was geht denn jetzt ab, Bro? Hallo? Hä? Ey. Hallo. Bro, was geht denn jetzt ab? Hilfe. Ey. Ich will nicht sterben. Nicht schon wieder. Lagerblock. Helf mir. Helf mir. Helf mir. Helf mir. Helf mir. Ja. Komm schon, Lucky Block. Ja. Komm schon. Lucky Block. Ihr müsst mir jetzt wieder helfen. Oh nein. Oh nein. Mir ist wieder schwindelig. Oh nein. Mir ist schwindelig. Leute, mir ist richtig schwindelig. Hilfe. Oh mein Gott. Mir ist so schwindelig. Ah. Nein, Leute. Okay, komm. Wir müssen irgendwie jetzt hier. Wow. Ja. Nice. Denn Lucky Block hat uns richtig krass geholfen. Ey, Leute. Wir brauchen noch irgendwas. Ich will doch nur ins Endkommen. Ich will doch noch ein Endportal haben. Komm schon. Oh nein. Nein, 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 nein. Ha. Nicht mit mir. Ja. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch. Ich habe gedribbelt. Ich habe gedribbelt. Ha. Ja. Nicht mit. Huh? Was ist das denn? Ey, was geht denn jetzt ab? Was ist das denn? Hier, nimm das. Was willst du? Huh? Totem? Ich habe einen Totem. Ja. Ihr könnt nichts machen, denn ich habe einen Tot. Ähm. Hilfe. 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 Ey. Ey. Oh mein Gott. Bro. Reicht doch. Ah. Digga. Was? Ey. Das kann doch nicht sein. Was geht denn hier ab, Alter? Ey. Komm schon. Jetzt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lucky Block. Du musst mir helfen. Ich muss hier raus. Komm schon, Lucky Block. Helf mir. Helf mir, Lucky Block. Wo ich da trinke. Ey. Helf mir hier raus. Helf mir hier raus. Vergifte mich doch nicht. Ey. Ja, ich habe es geschafft. Aber ich. Die Hexe hat mich umgebracht. Ey. Mann. Komm schon. Ja, Leute. Diese Lucky Block machen mich gerade richtig sauer. Einfach die komplette Welt. Einfach alles ist aus Lucky Blocken, Leute. Einfach alles. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ey. Komm schon, Lucky Block. Ihr müsst mich wieder helfen. Ey. Bro. Digga, ich blick hier nicht durch, Leute. Hier ist einfach so. Alles ist hier einfach. Guck mal, wie es unsere Insel geworden ist. Schaut mal, wie es hier aussieht, Digga. Einfach alles ist kaputt, Leute. Alles wegen diesen Lucky Blocken. Wo kommst du jetzt her? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein. Geh weg. Geh weg. Komm schon. Ja. Hä? Hä? Lol. Was? Hä? Ich habe mich jetzt raus reingebeamt. Ah. Wo bin ich? Oh nein. Oh nein. Oh. Oh oh. Ich habe eine Idee, Leute. Enderperle. Du rettest mich. Ha. Ja. Was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr machen gegen mich? Sehe jetzt einfach alles mit Lucky Blocken. Guckt euch das an, Leute. Ja. Was? Das war ein krasser Lucky Block. Ja. Rüstung. Und wieder ein Dreizack. Sehr geil. Enderperle. Blup. Ich liebe Enderperlen, Leute. Oh mein Gott. Ja. Guckt euch diese ganzen Lucky Blöcke an. Das ist so geil. Die können uns einfach gerade nur nice Sachen, Digga, die ganze Zeit. Nur gute Sachen. Hier. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich wurde einfach in die Luft gesprengt. Okay, Digga. Ey. Mann. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich darf nicht. Leute. Ich glaube, es ist unmöglich, in einer Welt zu überleben, wo es nur Lucky Blöcke gibt. Guckt euch das an. Einfach überall alles voll mit Lucky Blöcken. Leute. Wenn es mir gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Da abonniere den Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.